Es hat sehr lange gedauert, bis die FED wirklich kapiert haben, dass die FED es ernst meint mit der Anhebung der Zinsen, mit der Bilanzreduzierung, um die ausufernde Inflation in den Griff zu bekommen. Das war ein sehr teurer Irrtum für die Märkte, die haben seitdem richtig auf die Mütze gekriegt. Es ist letztendlich jetzt schon mehr Kapital vernichtet worden als in der Finanzkrise, muss man sich mal vorstellen. Und jetzt ist die Situation so, dass die Märkte dann ins Gegenteil geschwenkt sind. Erst Ignoranz und jetzt ist man sozusagen komplett fettgläubig und glaubt an die Zinserwartungen, die die FED selbst in die Märkte streut. Diese aber sind unrealistisch, insofern könnte man von einem FED-Bluff sprechen. Also, einem Bluff, hier zockt jemand und hat gar kein wirklich gutes Blatt auf der Hand, aber der Gegenspieler glaubt, oh, der hat offenkundig ein paar Asse im Ärmel. Hat der aber nicht und warum die FED keine Asse im Ärmel hat, sondern bald wohl einen Rückwärtsgang einlegen muss, zurückrödern muss. Das will ich in diesem Video kurz mal zeigen. Ja, 9,3 Billionen sind seit dem 3. Januar an Marktkapitalisierung entfleucht. Die Lehman-Krise, also Finanzcrash, Finanzkrise waren damals 8,1 Billionen. Ja, die Marktkapitalisierung ist natürlich seitdem massiv gestiegen. Dementsprechend kann man mal eben, ja, fast 50% des BIPs verlieren. Über 40% jedenfalls sind es, was da seit 3. Januar, das BIPs der USA, was da seit 3. Januar praktisch entfleucht ist. Da sind also ein paar Menschen nicht mehr so wohlhabend wie bisher. Und jetzt sehen wir hier mal die sogenannte Kapitulationstrendlinie der FED. Also hier sehen wir die Leitzinsen und jedes Mal, wenn die ein bestimmtes Niveau erreicht haben, dann musste die FED wieder umkehren. Und dieses Niveau wurde immer geringer, wie wir hier in diesem Chart sehen. Und normalerweise sind wir jetzt sozusagen schon an der oberen Trendbegrenzung, an der oberen Begrenzung dieses abwärtsgerichteten Trendkanals. Und wenn die FED, wie Sven Hendrick hier zeigt, wirklich die Zinsen bis 3,8% anheben würde, dann würde hier etwas zusammenbrechen in einer Schuldenökonomie, die faktisch darauf basiert, dass durch niedrige Zinsen der Konsum eingeheizt wird, dass die Amerikaner faktisch über ihre Verhältnisse leben können. Und das werden sie wohl auch weiterhin tun wollen. Und die Party werden sie sich wohl nicht gerne von der FED dann crashen lassen. Dementsprechend wird die FED irgendwann so unter Druck kommen, zumal wenn sich abzeichnet, wird das im November, wo die Republikaner dann beide Kammern, nämlich Abgeordnetenhaus und Senat, erobern können werden, dass dann plötzlich auch die FED ein bisschen weniger horkisch wird und sagt, ach Kinder, schaut mal, die Wirtschaft, die ist doch sehr schnell jetzt unter Druck gekommen, hat sich sehr schnell abgekühlt und die Inflation, die wird auch nicht mehr so hoch sein. Dann werden wir diese Erwartungen, dass die FED wirklich bis Februar 2023 die Zinsen bei etwa 3,8% stehen hat, wohl nicht erfüllen können. Dementsprechend ist es ein FED-Bluff. Die Märkte haben das jetzt sozusagen in einer Art Gegenreaktion zwischen von vorher Leugnung, jetzt zu totalem Bekenntnis, totalem FED-Glauben sind sie hin und her geschwankt, sind aber beides Extreme, der Mittelweg dürfte hier der schlaueste sein, der dann letztendlich vielleicht auch zu besseren Trading-Ergebnissen führt, denn derzeit sehen wir, dass die Positionierung der Asset-Manager extrem niedrig ist, das ist niedriger als im Corona-Crash. Wir sehen, dass die NAIM-Number, das sind praktisch die Vermögensverwalter und deren Investitionsquote ist nach wie vor extrem niedrig, wir haben eine extrem bärische Stimmung an den Märkten, all das reicht noch nicht, um wirklich jetzt eine Trendwende zu erreichen für die Aktienmärkte, das ist zu wenig, aber jetzt im kurzen Zeitfenster haben wir zunächst mal das Riesenpotenzial, wie ich schon zeigte, durch einen Nasty Squeeze, einen Short Squeeze, der vor allem die Hedgefonds rausdrückt, die eben sehr sehr short sind, die sind auch ziemlich unter Wasser in diesem Jahr, müssen ihren Anlegern zeigen, guckst du, ich hatte auch Short-Positionen, in der letzten Woche haben sie sehr viele Short-Positionen eröffnet, oder so viele Short-Positionen eröffnet, wie seit der Finanzkrise nicht mehr, seit Juni 2008, dementsprechend, wenn jetzt was nach oben geht, dann sind die gut dabei, wohl eindecken zu müssen, treten dann als Käufer auf. Am Mittwoch übrigens wird Jerome Powell sprechen, der ja uns am letzten Mittwoch noch erzählt hat, wie toll die US-Konjunktur ist und wie toll der Konsument dasteht, jetzt zeigen aber immer mehr Indikatoren, dass es damit ziemlich rapide bergab geht und wir wollen mal sehen, ob Schön und Paul eben diesen Abwärtstrend der Wirtschaft dann schon einbezieht ein bisschen und dann etwas weniger optimistisch ist für die US-Wirtschaft, denn die Fed selbst hat eine Studie herausgegeben, die regelmäßig erscheint und hatte in dieser Studie die Wahrscheinlichkeit eines Soft-Landings der Wirtschaft, also einer weichen Landung der Wirtschaft mit 10% klassifiziert und dagegen ein Hard-Landing, also praktisch eine harte Landung, eine Rezession bei 80%. Jetzt ist Nomura die erste größere Bank, die sagt, wir werden schon in 2022 eine Rezession sehen, wer weiß, vielleicht haben wir sie schon, jetzt endet ja bald der Juni und das erste Quartal war ja schon negativ in den USA, das heißt, sollten wir da doch noch ins Negative rutschen, dann hätten wir technisch gesehen schon bereits eine Rezession in den USA. Jetzt erwartet auch Goldman Sachs, er sagt also, die Rezessionsrisiken sind deutlich gestiegen und all das hängt natürlich auch mit der Fed-Politik zusammen, mit dem Tightening der Fed, mit der Straffung der Geldpolitik der Fed und warum das so ist, das sehen wir hier. Wir sehen hier zum Beispiel schon mal, dass eben die Borrowing-Costs, also die Kreditkosten, wenn man sich Geld leiht und da sind die Amerikaner ja absoluter Weltmeister im Geld leihen und da müssen die jetzt immer mehr dafür zahlen, Borrowing-Costs sind so schnell gestiegen, Kreditkosten sind so schnell gestiegen wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr und wenn Geld teurer wird, dann dürfte die Nachfrage nach Konsum oder die Konsum-Nachfrage oder Nachfrage insgesamt und Konsum insgesamt, Sie wissen, was ich meine, ich meine, es wird halt weniger Geld, das wollte ich sagen, also jedenfalls ist es so, dass wenn Geld teurer wird, die Leute sich weniger leisten können, dementsprechend geht die Nachfrage zurück, dementsprechend dann auch der Konsum und das alles, wie gesagt, ging sehr, sehr schnell, nickt Timmy raus, der ganz eng ist mit dem Cheromi, weil er ihn öfter interviewt, nämlich Jerome Paul und der die 0,75% Zinseinhebung praktisch den Märkten gesteckt hat, das war durchgesteckt von Paul und der Fed an Timmy Raus, der sollte mal schön einen Artikel im Wall Street Journal drüber schreiben, ja, könnte sein, dass die Fed dann 0,75% die Zinsen anhebt und siehe da, so war es denn auch und der Timmy Raus sagt, ja, wenn wir uns jetzt mal die letzten Jahrzehnte anschauen, seit 1950, dann ist in 11 von 17 Gelegenheiten war der Markt erst dann am Boden oder hatte einen Boden gefunden, wenn die Fed wieder die Geldpolitik umgesteuert hat, sozusagen wieder die Geldpolitik gelockert hat, das heißt, jetzt wird es für die Märkte so lange schwierig, bis die Fed wirklich kapituliert, bis die Fed in Panik gerät, zuletzt waren die Märkte in Panik, das ist kein guter Kaufzeitpunkt, wenn aber die Fed in Panik gerät, dann ist das der beste Zeitpunkt der Verkäufe und hier sehen wir mal, was jetzt zuletzt gut gelaufen ist, Year-to-Date Returns, Commodities, der Dollar und Gold und Cash, das sind die einzigen Profitablen sozusagen, Bonds, Equities, Bittercoin und so weiter, haben also massiv verloren, Bank of America weist darauf hin, dass die Korrelation zwischen den Aktienmärkten und der Bilanzsumme der vier großen Notenbanken bei 0,97 steht, also fast 1 zu 1. Jetzt ist es so, wir hatten in den letzten Jahren natürlich eine massive Ausweitung der Bilanzsumme, deswegen auch eine massive Ausweitung der Aktienpreise und Vermögenspreise und jetzt werden wir eine Kontraktion sehen und das preisen die Märkte jetzt ein, 2,4 Billionen werden zeitnah entschwindeln im nächsten Jahr, 26 von 34 globalen Banken, globalen Zentralbanken sind im Tightening Mode, also straffen in der Zeit die Geldpolitik, wir haben gesehen, also Commodities, US-Dollar waren ganz oben, wie war es denn, 1973, 1974, also praktisch die erste Ölkrise, die wir hier gesehen haben, Oil Commodities ganz oben, also wir haben ein gewisses Replay der 1970er Jahre, ganz hinten waren da Tech und Gross, ähnlich wie heute, damals hat es ein Bittercoin noch gar nicht gegeben, gell, aber wenn, dann wäre der auch weiter hinten gewesen in dieser Rangliste, die 70er Jahre waren insofern glücklicher, als damals ja sozusagen noch ein Aufwärtsmomentum der Wirtschaft insgesamt der Fall war, dass hier unterbrochen wurde, dass eine Bevölkerungszahl der Fall war, die natürlich noch weiter gewachsen ist, während wir jetzt in einer schrumpfenden Situation sehen, dass es der Unterschied zu den 1970er Jahren, ja, wahrscheinlich haben wir noch nicht fertig mit dem Abverkauf an den Märkten, auch wenn ich jetzt zeitnah eine Bewegung, eine deutliche Bewegung nach oben erwarte, denn es könnte nochmal sein, dass wir dann Richtung 3100, 3200 nochmal laufen, dass wir also sozusagen dann noch einen Panikmove bekommen, muss aber nicht sein, je früher die FED umsteuert, umso bullischer wird es dann, wir sehen jetzt, und das ist der Grund, warum ich jetzt nicht mehr Short gehen würde, ich hatte das mehrfach jetzt schon gesagt, wir sehen den S&P mit neuen Verlaufstiefen nicht, aber die Junk Bonds hier unten in dieser Grafik, in der oberen Grafik, das heißt die Junk Bonds machen kein neues Tief, S&P 500 aber schon, Junk Bonds sind praktisch die Achillisferse der Märkte, die zeigen die Stresssymptomatiken als erste an, und wenn die weniger Stress haben, dann ist das für mich ein Zeichen, dass auch die Aktienmärkte weniger Stress haben, und umgekehrt, hier sehen wir, dass jetzt etwa diese Junk Bonds in Relation zu Investment Grade Bonds, also zu Anleihen besserer Bonität, jetzt so hoch rentieren wie seit 2020 nicht mehr, also wir haben Stress im System, wir haben eine Straffung der Financial Conditions, damit haben die Märkte der FED ein großes Stück der Arbeit bereits abgenommen, könnte man sagen, dementsprechend muss die FED auch vielleicht etwas weniger machen, Bullish Percentage Index im S&P 500 auf täglicher Basis, hier sehen wir extreme niedrigste Werte, da sind wir jetzt so tief, sogar ein Stückchen tiefer, als im Dezember 2018, als die FED ja auch Zinsen angehoben hat und die Bilanzsumme reduziert hat, also da sind wir schon ein bisschen ausverkauft, wir sehen Nasdaq Aktien über ihrem 50 Tages Durchschnitt, auch das sind Extremwerte auf der Unterseite, kann es noch extremer werden? Ja, aber ist das ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis hier auf die Unterseite jetzt noch zu spielen? Aus meiner Sicht eben nicht, ich tue es jedenfalls nicht und dementsprechend sollte man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Hier sehen wir nochmal von Hannes Zipfel, der hier richtigerweise sagt, jede Rose hat ihre Zeit zu blühen eben, manche haben sehr hell geblüht und sehr deutlich geblüht, wie Bitcoin, das jetzt ja massiv abgestürzt ist, dennoch jetzt, das sich erholen dürfte, insgesamt als in diesem Umfeld einer Erholungsbewegung, auch mit dem Nasdaq, auch mit dem DAX, aber die Stars waren bisher eben Öl, waren dann noch Gold und vielleicht noch ein bisschen Silber, das war das Einzige, was sich da im Plus hatte, noch hat halten können. Jetzt schauen wir uns mal an, wer Avocados hatte, der hatte einen besseren Inflationsschutz gehabt als Bitcoin, wie Alf hier durchaus mit einigem Sarkasmus anmerkt, der Avocado-Preis hätte also Investoren besser geschützt als der Bitcoin-Preis, aber wie gesagt, jetzt dürfte Bitcoin eine Erholungsbewegung starten. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was so in der Welt passiert, dann sehen wir hier die Bank of Japan, die weiter an ihrer Ultralaxengeld-Politik festhält und immer mehr unter Druck kommt. Jetzt hat ein großer Hedgefand versucht jetzt die Bank of Japan zu attackieren, indem man eben praktisch von einem Renditeanstieg der japanischen Anleihen ausgeht. Die Japaner betreiben ja eine sogenannte Yield-Curve-Control, die wollen also verhindern, dass bestimmte Renditeniveaus bei ihren Anleihen überschritten werden. Jedes Mal, wenn das droht, dann kauft man Anleihen. Die EZB will jetzt eine sogenannte Spread-Control machen, also man will die Spreads, die Rendite-Differenzen etwa zwischen deutschen und italienischen Anleihen begrenzen, will dann italienische Anleihen kaufen und deutsche verkaufen, damit der Spread, die Rendite-Differenz geringer wird, aber beide ziemlich desperat unterwegs, die Japaner noch desperater, dementsprechend Dollar-Yen auf 135, tiefster Stand für den Yen seit vielen, vielen Jahren. Und auch die Chinesen könnten Probleme bekommen oder es zeigt, wie stark eben die Weltwirtschaft auch abkühlen dürfte. Hier sehen wir die Shipments, die Smartphone-Shipments, also das, was an Smartphones transportiert wurde, sind um 9,1% zum Vorjahresmonat gefallen. Januar, Mai, in diesem Zeitraum, diesen Jahres, der Rückgang zum Vorjahr, diese Periode 27%. Das zeigt, dass hier die Dinge schwierig werden, auch durch die Lockdowns in China, die letztendlich ihre Folgewirkung dann erst erreichen, über Lieferengpässe, über Dinge, die letztendlich die Konjunktur auch im Westen deutlich unter Druck bringen dürften. Kommen wir mal hier zu den deutschen Werten, die sagen ja oft, die Zuschauer, Fugmann, mach ein bisschen mehr in Deutschland, Europa, du machst immer USA. Ja, richtig, ich interessiere mich schon auch für Deutschland, das ist ja keine Frage, oder auch für Europa, aber die Musik, was die Märkte betrifft, spielt halt einmal in den USA, spielt an der Wall Street, das haben wir gestern wieder mit teilweise hirntotem Handel hier in Europa gesehen, wenn die Amerikaner fehlen. HelloFresh, diese großartige Firma, die unbedingt das wertvollste Unternehmen der Welt sein sollte, hat 59% verloren, Sartorius 58, Infineon, Puma, Deutsche Post, Vonovia, durch den Immobiliensektor, der derzeit auch unter Druck ist, schwach, Adidas, Co, Vestro, Siemens und so weiter sind die schwächsten Unternehmen, aber wir haben jetzt echte Dividendenkönige mit Mercedes mit 8% Dividende, BASF 75, BMW 75, Allianz und so weiter. Sie lesen es, dadurch, dass die Aktienkurse runtergekommen sind, wird die Dividendenrendie DBS, weil einfach dann sozusagen hier dieses Investment mehr Sinn machen könnte und gestern hatte ich ein Video gemacht über Energiekrise, so lachte die Welt über Deutschland und dann mit einer Grafik, die gezeigt hat, dass 18 Uhr am Sonntag heißester Tag des Jahres praktisch kaum Energie durch Solar erzeugt wurde und viele gesagt haben, 18 Uhr, unfair, ne, wir haben heute ja den längsten Tag des Jahres, meine Damen und Herren und ich weiß eines ganz sicher, um 18 Uhr ist ein Stück finster jetzt derzeit, ne, also die Message war jedenfalls, dass die Erneuerbaren halt selbst an solchen Tagen nicht ausreichen, um uns da über Wasser zu halten, jetzt hatte Scholz nochmal geantwortet, oder gesagt, er erwartet hohe Energiepreise für eine längere Zeit, ja, kein Wunder, der Mann weiß, wovon er spricht, faktisch haben die Deutschen ja jetzt sozusagen, fahren sie die Kohlekraftwerke rauf, nachdem sie die Atomkraftwerke runtergefahren haben, CO2-Bilanstechnisch ist das jetzt nicht so, dass aller Schleichen lauste und hier gibt es auch Belege, dass diese Aussage falsch ist, die von Habeck und von Scholz hier verkündet wird, dass man eben jetzt bis zum Wetter die Brennstäbe gar nicht mehr bekommen könnte, um die Atomkraftwerke wieder raufzufahren oder sozusagen hier die Laufzeiten zu verlängern, ist deutlich falsch, das ist schon länger eigentlich klar und hier sagt mein Kollege, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber der hier ganz klar sagt, Bundeskanzler Scholz betreibt Verschleierungstaktik, um die Koalition zu schützen, ein Nachgeben könnte deren Zerbrechen auslösen, weil die Grünen unbedingt auf dieser Raus-aus-Atomkraft- Ideologie beharren, es geht also um Machterhalt, wie schon unter Merkel, nicht um das Umsetzbare, also der gute Scholz hier versucht sozusagen den Grünen jetzt Rückendeckung zu geben und gesagt, ja Atomkraft geht leider nicht, deswegen einigt man sich auf Kohle, das ist natürlich hochproblematisch aus meiner Sicht. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen, globaler Aktienmarkt, jetzt gilt es, Rüdiger Born zeigt mal, wie die Perspektiven weltweit so sind mit den Märkten und die Angst geht um an der Wall Street Wende oder Crash, was wird jetzt kommen, Sentiment is very bearish, Indicators are at extremes, also wir sind extrem bei den Indikatoren, all das heißt nicht zwingend, dass jetzt die Gegenbewegung kommt, aber es ist eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gesegnet, dass sie kommt, dementsprechend ist die größere Gefahr, sich zu verbrennen auf der Unterseite derzeit als auf der Oberseite, das ist meine Auffassung, ich empfehle diese beiden Artikel, meine Damen und Herren und wenn sie meine Videos mögen oder Artikel von Finanzmarkt Welt, dann spreaden sie sie in die Welt hinein, lassen sie andere davon wissen über Social Media oder was auch immer, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.